Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen die Sonderzyklen Ihres Kombidämpfers erklären. Unter dem Punkt Vorheizen können Sie einstellen, wie viel weit das Gerät über die eigentliche Temperatur während der Vorheizphase heizt. Mit der Warmhaltefunktion können Sie festlegen, auf welcher Temperatur die Speisen nach dem Garvorgang warm gehalten werden. Mit der Kühlfunktion können Sie die Temperatur der Garkammer schnell senken. Starten Sie dazu einfach das Programm und öffnen Sie die Tür. Unter dem Punkt Reinigung können Sie zwischen mehreren Waschprogrammen wählen. Das Gerät zeigt hier an welches Programm wie lange läuft. Das Programm CP ist gedacht um die Pumpen zu laden, zum Beispiel nach dem Austausch des Reinigerkanisters.